guten morgen ein paar dinge wie es mit meinem kanal weitergeht ich werde aufhören das heißt die ganzen aquarien die ich habe also zwei die werde ich auflösen und abgeben das wollte ich euch nur mal als info mitteilen ich bedanke mich für alle follower die mir mut gemacht haben und auch konstruktive kommentare geschrieben haben in diesem sinne wünsche ich euch einen schönen tag noch